Willkommen zu einem neuen Video hier vom Sonnige Kaunertal Gletscher. Gestern waren wir schon einen Tag in Vendels und heute auf dem Gletscher. Wie gesagt, bestes Wetter zum Flieffahren und durch die ganzen Covid-Beschränkungen hat man hier die Piste quasi fast komplett für sich alleine. So, zweiter Tag auf dem Gletscher. Heute ist es leider nicht ganz so schön. Richtig ordentlich neblig. Aussicht hat man heute auch keine. Aber wer weiß, vielleicht sieht heute noch ein bisschen Sonne aus. Und los geht's. Es bremst einfach. Wahnsinn. Hier geht nichts. Ich stehe es nun fast wieder. Werde ich gleich mit dem Rollator überholt. Nun ja, schade. Also bis morgen. Heute sind wir wieder zurück in Vendels. Mal eine kleine Skipause. Heute geht's rodeln. Heute Nacht hat es viel geregnet. Mal gespannt, wie die Rodelbahn so sein wird. Die ist jetzt hier insgesamt 3,6 Kilometer lang. Mal schauen, wie lange wir brauchen werden. Läuft! Nein! Also hier haben wir schon das erste Unfall aufgemacht. Das sieht schon etwas eingeschneit aus. Ja. Ich bin jetzt hier aufgemacht. Ja. Dann ziehst du etwas eingeschneit aus. Ja. 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 Musik 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 Musik